Dieses Jahr habe ich mir selbst was zu Weihnachten geschenkt und zwar einen Business Class Flug mit der Lufthansa. Heute ging es los. So sah die Kabine aus, vor mir saßen meine Eltern und das hier war mein Sitzplatz. Das war meine Sitznachbarin, mit der ich mich gleich gut verstanden habe. Wir sind übrigens von Frankfurt nach Miami geflogen. Nach einem Begrüßungstraining ging es in die Luft, wo es sofort weiter mit Essen ging. Es gab so viele Gänge, ich bin fast geplatzt. Nach dem ganzen Essen war ich extrem satt, sodass ich schlafen wollte. Also habe ich meinen Sitz in die Liegeposition getan. Das ist wirklich ein Luxus, man kann super gut dadurch im Flugzeug schlafen. Nachdem ich sechs Stunden geschlafen habe, waren wir schon im Landeanflug über Miami. Ich nehme euch ganz viele meiner Insta-Story mit.